Staatspreis Erwachsenenbildung 2017 Nominiert in der Kategorie Qualitätsentwicklung Verband Österreichische Gewerkschaftlicher Bildung und Arbeiterkammer mit REFAC Referentinnenakademie Die REFAC ist ein Train the Trainers-Programm, das allen Lehrbeauftragten der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung Aus- und Weiterbildung ermöglicht. Ein umfassendes Set an Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Sicherung in Zusammenhang mit Bedarfs- und Praxisorientierung, Personalentwicklung, Durchführung, Dokumentation und Evaluierung garantiert eine qualitativ hochwertige Steuerung des Angebotes der REFAC. Elemente der Qualitätsentwicklung werden im Train the Trainers-Programm an die Teilnehmenden vermittelt und von diesen wieder für den eigenen Bildungsbereich übernommen. Die Gruppen sind sehr heterogen, was mit einem subjektorientierten Lernverständnis, der Fokussierung auf die Teilnehmenden mit ihren unterschiedlichen Erwartungen, Zielen und Erfahrungen ausgeglichen wird. Ebenso wichtig ist das Prinzip einer gleichberechtigten Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, wo das Miteinander- und Voneinanderlernen im Vordergrund steht. Die REFAC will bei ihren Programmen beispielhaft sein, da viele der Teilnehmenden selbst für die Qualitätssicherung in anderen Bereichen der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung zuständig sind. Vorbildlich ist auch der REFAC Blog als Ressourcenplattform, Forum und Archiv. Ressourcen Ressourcen Ressourcen